Untertitelung des ZDF, 2020 Jan Böhmermann und heute hat die türkische Regierung deshalb tatsächlich offiziell ein Strafverlangen an die Bundesregierung gestellt und das bedeutet, dass sie fordern, dass sie wünschen, dass ein Strafverfahren eröffnet wird. Den Jan Böhmermann nämlich haben wir selbstverständlich auch in die Sendung eingeladen, er hat uns abgesagt. Umso mehr freuen wir uns, dass bei uns sind der Kabarettist Serdar Sumuncu, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Europaparlaments Elmar Brug von der CDU, die linken Politikerin Sevim Dadelen ist da, der stellvertretende Vorsitzende der Erdogan-freundlichen Union Europäisch-Türkischer Demokraten Fatih Singhal und der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Herzlich willkommen Ihnen allen. Und anfangen wollen wir damit, was bisher geschah. Sardar, dazu muss man auch sagen, es wird nur ein Verfahren geben, wenn die Bundesregierung dem jetzt zustimmt, wenn sie also dem, wir lernen, Neuwörter Verfolgungs, dem Strafverlangen nachkommt und eine Verfolgungsermächtigung erlässt. Was erwarten Sie jetzt von der Bundesregierung? Ich erwarte von der Bundesregierung, dass sie sich hinter ihren Künstlern stellt, dass sie sagt, wir haben in Deutschland ein Recht auf Meinungspresse und Satirefreiheit und dass sie vielleicht sogar genau das tut, was Erdogan selbst noch vor zwei Wochen getan hat, nämlich sich verbittet, dass man sich in unsere Angelegenheiten einmischt. Die Bundesregierung, Herr Bruch, ist nach dem, was alles passiert ist, nach dem, was auch die Bundeskanzlerin über ihren Regierungssprecher hat verkünden lassen, eigentlich in böser Falle oder man könnte auch sagen in einer Art Zwickmühle. Muss sie jetzt spätestens jetzt, und damit würden Sie die Erwartungen von Serdar Somuncu erfüllen, muss sie spätestens jetzt die Meinungs- und Kunstfreiheit gegen die Empfindlichkeiten eines türkischen Präsidenten verteidigen? Dieses hat die Bundesregierung immer getan. Und dabei hat es gesagt, dass beispielsweise die Extra-Drei-Geschichte erlaubt ist. Sie hat nicht... Hat sie acht Tage später erst gesagt. Ja, nun, das ist die Osterzeit gewesen, aber das hat sie nicht acht Tage später gesagt, das haben viele andere sofort gesagt. Die Bundesregierung arbeitet nicht nur Oster. Und dafür gesagt, viele Vertreter haben dies gesagt, ich gehöre auch dazu, die das deutlich zum Ausdruck gebracht haben, am ersten Tag danach, dass es erlaubt sei, dass ein solcher Eingriff nicht möglich ist. Und die Frage, die mit der Böhmermann-Sendung zu tun hat, zum Meinungsfreiheit gehört, ist natürlich auch, dass die Bundeskanzlerin einen Text nicht gut findet. Das ist völlig anderes, ob man einen Text gut findet oder ob man sagt, das hat strafrechtliche Konsequenzen. Und ich gehe davon aus, dass die Bundesregierung ein Strafverfahren morgen nicht möglich macht. Nicht möglich macht. Nur ergänzend, das stimmt nicht ganz. Also im ersten Fall der Extra-3-Reportage hat die Bundesregierung acht Tage später Stellung genommen. Im zweiten Fall hat die Kanzlerin in einer Art vorauseilendem Gehorsam selbst angerufen und sich entschuldigt oder was auch immer. Also das ist ein Unterschied. Sie hat ganz klar nicht dazu Stellung bezogen und schon gar nicht so, dass sie den Künstler in Schutz genommen hat. Fairerweise muss man sagen, das Telefonat war, glaube ich, verabredet zwischen dem türkischen Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin. Sie hat das dann, aber wir waren nicht dabei, angesprochen. Ich finde den Text auch nicht gut, aber deswegen bin ich doch der Auffassung, dass es nicht strafverfolgt werden soll. Es muss doch auch zur Meinungsfreiheit gehören, dass man einen Text nicht gut findet. Und das darf man doch sagen. Und hatte sie sich schon eingemischt und da ihre Kompetenzen überschritten, als sie eine Bewertung vorgenommen hat, als sie sie nämlich hingeht und lässt nochmal den Regierungssprecher Steffen Seibert vorlesen, dieser Text sei bewusst verletzend gewesen? Man kann auch eine Auffassung haben, dass man einen Text schlecht findet, dass man ihn für falsch hält, aber das hat doch im Rahmen einem Lande mit der Meinungsfreiheit keine Auswirkung darauf, ob man ihn verbietet. Nun sind Sie ein sehr geübter Politiker, Herr Bruch. Sie wissen, wann man sowas macht und Sie wissen auch, dass die Bundeskanzlerin sowas für gewöhnlich nicht macht. Nun, erst sagen Sie, die Bundeskanzlerin habe acht Tage geschwiegen und dann hat sie nicht nur ausreichend geschwiegen. Da ist dann auch ein Widerspruch in Ihrer Fragestellung drin. Wir müssen, glaube ich, deutlich machen, dass es über den Text von Herrn Böhmelmann sehr unterschiedliche Auffassungen gibt, was die Qualität angeht. Deswegen, ich habe kürzlich eine Darstellung gehört im Deutschlandfunk des Bundeschefs des Grimme-Instituts, die gesagt haben, Herr Böhmelmann soll den Text zurücknehmen, das sei unter seinem Niveau. Das ist eine Bewertung, die jeder Mann und jeder von uns vornehmen kann und man hat keinen Anspruch darauf, dass jeder Mann einen Text für gut findet und wenn man ihn nicht für gut findet, dann ist es eine Verletzung der Meinungsfreiheit. Und auch die Bundeskanzlerin hat das Recht, etwas gut oder schlecht zu finden und dieses auch zu sagen, denn auch die Bundeskanzlerin hat das Recht auf Meinungsfreiheit. Trotzdem erwarten Sie, dass Sie morgen entscheidet, die Bundesregierung wird zusammensitzen, also das Kanzleramt, das Auswärtige Amt und auch das Justizrestort, wiewohl eigentlich nur das Auswärtige Amt zuständig gewesen sei, das zeigt vielleicht auch die Größe und die Schwierigkeit der Entscheidung, um die es da geht. Sie erwarten von denen, dass Sie sagen, kein Prozess zulassen. Ich glaube nicht, dass es klug wäre, hier einen Prozess zuzulassen und ich weiß nicht, was da entschieden wird, aber ich würde es für falsch halten, wenn dies gemacht werden würde, denn das würde dann eine andere Dimension bekommen, eine Dimension, die dieser Sachverhalt innerhalb der deutschen Diskussion nicht hat. Und wir sollten mit unseren Problemen, das werden wir vielleicht auch heute noch diskutieren können, wo Grenzen von Satire sind, wo Grenzen von Rechten und Ehre der Persönlichkeit ist nach dem Grundgesetz, die wir haben müssen, aber das sollte nicht der Punkt sein, dass eine ausländische Macht darauf Einfluss hat, dass wir Strafverfahren haben. Frau Dardelen, es gibt im Strafgesetzbuch einen Paragrafen 103, den wir in diesen Tagen besonders kennenlernen und der sagt explizit, wer ein ausländisches Staatsoberhaupt beleidigt wird, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In ganz schlimmen Fällen können es sogar fünf Jahren Haft sein. Die Bundeskanzlerin hat gesagt, haben wir schon mal zitiert jetzt heute, dieser Text sei bewusst verletzend gewesen. Wäre es dann nicht fast folgerichtig, dass sie morgen auch entscheidet, den Prozess zuzulassen? Ja, ich meine, wir haben normalerweise, würde man ja davon ausgehen, dass man in einem Rechtsstaat eine Gewaltenteilung hat. Diese Gewaltenteilung wurde in dem Moment aufgehoben, in dem sich die Bundeskanzlerin, anders als bei der Extra-Drei-Geschichte, bei der Aktion, nämlich der Attacke des türkischen Staatspräsidenten auf die Grundrechte unserer Verfassung, nämlich die Pressefreiheit, die Kunstfreiheit und die Meinungsfreiheit, die zu Recht in unserem Grundgesetz nämlich geschützt werden. Und dann, da hat die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung hat geschwiegen, sehr lange haben sie geschwiegen. Und die Bundeskanzlerin hat aber beim Fall Jan Böhmermann auf die Reaktion, aufgrund der Aktion, die vorher da war, auf diese Reaktion hat sie am Telefonat gesagt, dass sie das als bewusst verletzend empfindet, hat darauf hingewiesen, dass das ZDF, was ich ganz schlimm finde, das aus der Mediathek gelöscht hat, weil ich der Auffassung bin, dass dieser Beitrag eigentlich sehr gut den Unterschied zwischen Satire und Schmähkritik sehr gut dokumentiert und deshalb allein in der Mediathek hätte bleiben müssen, hat sie vorauseilend schon gesagt, ja, das ist schon gelöscht worden, als wenn man sie gefragt hätte, und hat sich als Richterin und Klägerin aufgespielt, weil sie eben nicht gesagt hat, es ist zwar bewusst verletzend, meiner Meinung nach, weil über Geschmack lässt sich ja streiten, dann hat sie vielleicht so einen Geschmack, aber sie hat nicht gesagt, und dieser Zusatz fehlt hier in der Pressekonferenz beim Regierungssprecher, dass wir in unserem Grundgesetz die Kunstfreiheit, die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit schützen und falls die Satire hier ihre Grenzen überschritten hat, dass das die Gerichte zu entscheiden haben und nicht das Bundeskanzler im, das hat sie dort nicht gemacht und das finde ich schändlich für diese Bundesregierung, sie hätte die Pressefreiheit nämlich in Schutz nehmen müssen und nicht ganz devot sozusagen hier unsere Grundrechte einfach auf dem Silbertablett servieren müssen. Fehlte das? Fehlte der Zusatz? Nein. Ich glaube, sie hat niemals gesagt, dass dieses nicht möglich ist in Deutschland. Sie hat niemals gesagt, das müsste verboten werden. Aber sie hat auch ein eigenes Recht darauf zu sagen, das finde ich nicht gut. Ja, darum geht es ja nicht. Und natürlich geht es alles andere geheimlich in sie hinein. Es geht überhaupt nicht um Geschmack. Es geht überhaupt nicht um Geschmack. Sie ist eine Bundeskanzlerin und nicht eine Privatperson, Herr Rohr. Die Bundeskanzlerin hat sie dasselbe Recht wie jeder Bürger. Ja, das spricht Ihnen meiner Meinung. Sie muss das Grundgesetz verteidigen als Kanzlerin. Lassen Sie mich doch einfach ausreden. Stimmt, hat Herr Bruch recht. Machen Sie Ihren Bruch zu Ende. Die Bundeskanzlerin hat dasselbe Recht, etwas gut oder schlecht zu finden. Insbesondere im Kulturbereich. Sie muss nicht den Musiker gut finden oder den Musiker gut finden. Und sie muss nicht den Kommentar für gut befinden oder nicht befinden. Aber das heißt doch nicht, dass man einen Kommentar ablehnt. Und insbesondere im Bereich von Sittierung und Schmähkritik kann man sehr, sehr unterschiedlicher Auffassung dabei sein. Sehr unterschiedliche Auffassungen dabei sein. Und diese Differenzierung muss man jedermann in einem Lande suchen. Meinungsfreiheit besteht für jeden Bürger dieses Landes. Für die Bundeskanzlerin und für Sie in gleicher Weise. Sie haben nicht mehr Recht auf Meinungsfreiheit als die Bundeskanzlerin. Wir sprechen der Bundeskanzlerin nicht ihr Recht ab, ihre Meinung zu sagen. Aber wir sind ja auch nicht doof. Die Kanzlerin hat einen Deal mit Erdogan, der sehr heikel ist. Erdogan soll uns nämlich bei der Flüchtlingsfrage helfen. Dafür wird viel Geld gezahlt. 3 Milliarden plus XY. Jetzt kommt ein Satire-Magazin, verunglimpft Erdogan noch nicht mal. Sondern das ist für unsere Standards sogar gelinde gesagt harmlos. Und schon geht denen die Düse im Kanzleramt. Und die sagen, Mensch, was passiert, wenn der das nicht gut findet? Dann wackelt unser Deal. Böhmermann deckt das auf, indem er noch einen draufsetzt. Deswegen ist es auch gute Satire, denn sie deckt etwas auf. Und sagt, das ist die Grenze zwischen den Standards, die wir hier haben. Und das ist das, was andere von uns fordern. Wir reden nicht über Geschmack. Auch ich bin vielleicht Ihrer Meinung, dass man in der einen oder anderen Situation vorsichtiger, zaghafter, muss es nicht unbedingt sein, aber genauer sein kann. Aber das ist auch das Recht des Künstlers, dass er selbst entscheidet, mit welchen Mitteln er Satire betreibt. Und das ist unser Grundrecht in Deutschland, dass wir das zu schützen haben, vor allem die Kanzlerin. Herr Singel, ich will Sie hier in die Diskussion holen. Sie sind der stellvertretende Vorsitzende der Union Europäisch-Türkischer Demokraten, die gelegentlich auch mal bezeichnet wird als der verlängerte Arm der AKP in Deutschland. Die AKP ist die Partei des türkischen Staatspräsidenten Erdogan. Sie sagen dann, nein, nein, es gibt keine organisatorisch-strukturelle Nähe zu Erdogan und der AKP, aber sehr wohl eine emotionale. Also Sie sind Erdogan-freundlich, so habe ich Sie auch vorgestellt. Wegen des Böhmermann-Gedichts hat nun also die türkische Regierung ein Strafverlangen, ein sogenanntes, gestellt. Sie haben sich ja schon klar positioniert die Woche, haben mit Vertretern Ihres Vereins einen Trauerkranz niedergelegt beim ZDF am Lerchenberg. Das war keine Satire, das war ernst gemeint. Das war in der Tat ernst gemeint, weil wir auch, denke ich, ein Recht auf Meinungsfreiheit haben. Und Herr Böhmermann hat ja selber angekündigt, dass er gerne aufzeigen wollte, wie eine Debatte über Satire und Kunstfreiheit in Gang gesetzt werden kann. Und wir haben von unserem Recht der Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht und haben einen schwarzen Kranz vor dem ZDF-Gebäude niedergelegt. Und ein paar Ihrer Vorstandsmitglieder, will ich ergänzen, haben Jan Böhmermann auch persönlich angezeigt. In der Tat, aber das nicht im Rahmen der Vorstandstätigkeit, sondern das haben Sie als Privatperson gemacht, aber das ist richtig. Und was wäre nun, wenn die Bundesregierung morgen, so wie Herr Brog es auch, wenn ich es richtig verstanden habe, erwarten würde, entscheidet, dass sie den Prozess nicht zulässt? Wie frustriert sind Sie dann? So ist das dann nun mal in einem Rechtsstaat, wenn die Bundesregierung entscheidet, dass das dem Strafverfolgungsverlangen nicht stattgeben wird. Dann ist die Sache abgehakt. Also eine gewisse Frustration wäre da mit Sicherheit mit verbunden. Allerdings bin ich ein wenig überrascht darüber, dass wir jetzt über Satire und Kunstfreiheit reden. Böhmermann selber hat ja in seinem Beitrag, den Sie eben eingeblendet haben, aufgezeigt, dass das Schmähkritik ist. Das ist ganz bewusst verletzend gewesen und beleidigend gewesen und sollte auch als Schmähkritik bezeichnet werden. Jetzt wird darüber debattiert, dass man sagt, ja, er hat sozusagen eine Haftungsfreistellungserklärung, ein Diskrämer vorangestellt und hat das eingebettet und wollte aufzeigen, was eben nicht darf. Allerdings hilft das nicht, eine nicht zulässige Handlung zu einer zulässigen Handlung werden zu lassen. Wenn dem so wäre, so würde ich ab morgen jedermann empfehlen, dass wenn er beispielsweise Probleme mit seinem Chef hat, zu seinem Chef zu gehen und seinem Chef dann zu sagen, Chef, das, was jetzt kommt, das ist eigentlich überhaupt nicht zulässig, das darf ich nicht machen und dann beleidigt er ihn. Das heißt, ein Disclaimer, ein Voranstellen des Disclaimers macht eine unzulässige Handlung zu einer zulässigen Handlung. Und deswegen ist das nicht im Rahmen der Kunstfreiheit abgedeckt und es ist keine Sitiere, es ist Schmähkritik und die Grundrechte finden ja auch ihre Grenzen in den Grundrechten anderer. Und hier gibt es sogar eine einfach gesetzliche Normierung, nämlich den Paragrafen 103 des Deutschen Strafgesetzbuches und da ist die Grenze ganz klar aufgezeigt. Ist Ihnen sofort aufgefallen, meine Damen und Herren, der Mann ist selber Rechtsanwalt und bewegt sich da ganz sicher in den Formulierungen, in dem auch, was jetzt vielleicht auf dem Spiel steht, Bernhard Pörksen, was ist das genau, worüber die Bundesregierung morgen zu entscheiden hat in der sorgfältigen Prüfung, die sie sich vorgenommen hat? Geht es nur im Sinne von ausschließlich um Jan Böhmermanns Schicksal oder geht es hier in der Tat um die Frage, in welchem Maße lassen wir Presse- und Meinungsfreiheit in unserem Lande zu? Also ich glaube, es sind eigentlich mehrere Entscheidungen, die die Bundesregierung zu treffen hat. Zum einen eine politische Entscheidung. Was lässt sie zu? Lässt sie zu, dass ein türkischer Staatspräsident nach der kalten Mechanik des Rechts letztlich einen Satiriker, der mal niveauvoll und mal nicht so niveauvoll agiert, vor Gericht bringt und im Extremfall ins Gefängnis, Sie haben das Strafmaß genannt, eine absolut albtraumhafte Vorstellung. Das ist die erste Entscheidung und das ist wesentlich eine politische Entscheidung, die hier zu treffen ist. Eine zweite Entscheidung, die in der allgemeinen Aufregung vielleicht etwas verwischt, Aus meiner Sicht hat Jan Böhmermann durchaus geschickt, vielleicht nicht mit der ganz großen Raffinesse, die man ihm unterstellt, sondern eher in einem heiteren Aufmerksamkeitspoker die extra drei Satire nochmal zu toppen, hat er eine Art Twitter geschaffen, ein Hybrid zwischen Satire, die einen Wirklichkeitsbezug hat, die gesellschaftlich aufklären will, die eine Debatte auslösen möchte und tatsächlich, er sagt es ja selbst, Schmähkritik. Und die Frage ist, und das ist das kommunikationspraktisch so Interessante, die Metakommunikation, jetzt liefern wir euch mal so eine kleine Didaktik-Sendung, jetzt zeigen wir euch mal, was das eigentlich ist, der Unterschied zwischen Schmähkritik und Satire, diese Metakommunikation, regiert die die eigentliche inhaltliche Kundgabe, die tatsächlich wieder diesen Schmähkritik-Charakter, ich sagte er ja selbst, hat, ich würde sagen, das ist der Fall. Also es ist ihm gelungen? Ich würde sagen, ja. Und die, wir müssen natürlich, wir müssen, ja, das mag sein, aber wir müssen natürlich die Satire und Kunstfreiheit in einer liberalen, in einer offenen Gesellschaft, unabhängig von der Geschmacksfrage, ich finde das Ding überhaupt nicht witzig, ich mag es nicht, im Gegensatz zu vielen anderen, ich will es auch nicht als große Kunst verherrlicht wissen. Böhmermann war schon besser, aber Böhmermann ist ein Meister des Schillernden. Und er hat hier einen satirischen Rahmen geschaffen und innerhalb des satirischen Rahmens dann Schmähkritik betrieben. Schmähkritik als gewissermaßen ausschließliche Diffamierung der Person, das wäre ja so etwas wie die Definition. Darf ich da ein Beispiel anführen in einer ähnlichen Angelegenheit, in der die Bundesregierung aus meiner Sicht komplett anders gehandelt hat. Der Rosenmontagszug in Düsseldorf enthielt unter anderem ein Motiv, in dem eine offensichtlich polnische Frau vor einem Deutschen niederkniet und ihm die Füße leckte. Daraufhin hat der polnische Präsident Protest erhoben, hat auch den Botschafter einbestellt. Die Bundesregierung hat darauf geantwortet, und zwar ziemlich klar. Das Recht auf Meinungs-, Satire- und Pressefreiheit ist unantastbar. Warum tut sie das in diesem Fall nicht? Das ist doch der eigentliche Skandal. Hat die Bundeskanzlerin da aus ihrer Sicht auch einen Fehler gemacht? Ich glaube, sie hat versucht, zunächst mit der Sprache der Beschwichtigung, der abwiegelnden Diplomatensprache, diese Geschichte irgendwie frühzeitig auszutreten, wenn man mal eine etwas bessere Absicht und ein Kommunikationsdilemma unterstellen mag. Aber sie hätte natürlich auch die Sprache der offenen Konfrontation und der klaren Ansage, da stimme ich Ihnen vollkommen zu, wählen müssen. Es hätte als Zusatz erfolgen müssen, denn die Empfindlichkeit eines türkischen... Ein klares Bekenntnis zur Presse- und Meinungsfreiheit. Die Empfindlichkeiten eines türkischen Staatspräsidenten, der innerhalb seines Landes Pressefreiheit mit Füßen tritt, können nicht Maßgabe- und Äußerungskorsett der Bundeskanzlerin sein. Das ist unmöglich. Vollkommen undenkbar. Sind Sie da anderer Meinung, Herr Singhal? Sind Sie da anderer Meinung, Herr Singhal? Könnte es für uns maßgeblich sein, was der türkische Staatspräsident in Sachen Presse- und Meinungsfreiheit versteht? Auf gar keinen Fall darf das maßgeblich sein. Wir haben unsere demokratischen Grundpferde, wir haben das Grundgesetz und danach haben wir uns zu richten. Aber genau das ist ja hier Erfolg. Es wurde hier aller Voraussicht nach ein Straftatbestand erfüllt. Der Paragraf 103 des deutschen Strafgesetzbuches. Kein türkisches Strafgesetzbuch. Sie glauben doch nicht, dass er damit durchkommen wird. Das ist doch ganz klar. Was Sie die ganze Zeit verschweigen, der Jan Böhmermann hat doch nicht in seiner Sendung als Privatperson gesprochen, sondern das ist eine Kabarett-Sendung, eine Late-Night-Show, die immer satirisch auftritt. Es wurde schon gegen so viele andere Leute dort gesprochen. Und Sie entnehmen das einfach. Sie nehmen diese Figur raus und sagen, er hätte das als Privatperson. Das ist aussichtslos. Die Türken und auch die, die dieses Verfahren initiieren werden, werden daran scheitern. Und es ist gut so, dass sie daran scheitern werden. Wir werden sehen, ob deutsche Berichte darüber zu befinden haben. Aber allerdings muss man sagen, dass Satire nur dann Satire ist, wenn es auch um die Auseinandersetzung einer Sache geht. Wer sich das Gedicht angehört und gelesen hat, der kann sehen, dass es nur eine Aneinanderreihung von Beleidigungen ist. Hauptsächlich geht es da um den Genitalbereich des türkischen Staatspräsidenten. Und das ist keine Satire. Mir soll einer mal erklären, wo genau das satirische Element ist. Das ging doch gar nicht um das Gedicht. Sie nehmen das Gedicht als Anlass zu sagen, das war eine Straftat. Sie haben doch selber gesagt, es war in einem Kontext. Und zwar in dem Kontext aufzuzeigen, bis wohin es eine Straftat wäre und bis wohin nicht. Und das ist doch das Maßgebliche bei dieser ganzen Sache. Nur noch was anderes dazu. Hier geht es doch auch um das Selbstbewusstsein der Türken. Wir sind beide Türken, wir wissen, worum es geht. Erdogan will auf Augenhöhe mit Europa sprechen. Erdogan will endlich auch Einfluss nehmen auf das, was in Europa Maßgabe ist und Richtlinie. Und das hat er vorher mit Russland schon versucht, ist total auf die Schnauze gefallen. Und jetzt versucht er es mit Frau Merkel. Da müssen wir auch die Türken, die hier leben, sagen, pass mal auf, bis hierhin und nicht weiter. Das ist nicht mehr lustig. Das ist ein Eingriff in unsere Grundrechte. Warum klar? Da sagen Sie, Sie sind Türke und Herr Singhal auch. Sie sind deutscher Staatsbürger, ganz genauso wie Herr Singhal. Ja, wir sitzen hier, weil wir türkischstämmig sind und offensichtlich auch eine Position vertreten sollen, die in irgendeinem Zusammenhang zur Türkei steht. Es ist wahrscheinlich für die deutschen Zuschauer attraktiv zu sehen, dass die Türken untereinander noch nicht mal einer Meinung sind. Aber das ist ja möglich. Sie können ja Erdogan gut finden. Ich bin übrigens auch dafür, dass dieses Thema nicht dafür genutzt wird, ein generelles Türkei-Bashing aufzumachen. Erdogan ist nicht der Teufel, so wie er an die Wand gemalt wird. Aber trotzdem muss man in diesem Fall sagen, seine eigenen Worte müssen gelten. Vor zwei Wochen hat der deutschen Journalisten noch gesagt, mischt euch in eure eigenen Angelegenheiten und haltet euch aus unseren Sachen raus. Bitte, warum gilt das nicht für ihn? Aber hier wurde doch ein Straftatbestand. Nein. Allerforsicht nach erfüllt. Nein. Einen Augenblick in der Debatte. Einen Augenblick. Lassen Sie mich noch eins ausführen. Wenn er nur hätte ein Beispiel bringen müssen, was Schmähkritik ist, dagegen spricht schon das quantitative Element. Das Gedicht wird über eine Minute vorgelesen. Also das sprengt... Also an dem Streit sind wir jetzt. War es eine bewusste Schmähkritik? Ist der Kontext wichtig, in dem dieses Gedicht, das er Schmähkritik nennt, vorgetragen wird? Oder ist es hier, haben wir es hier zu tun mit einem Verstoß gegen Strafgesetzbuch, Paragraf 103? Ich möchte Ihnen dazu zeigen, das ist ja interessant, muss man ja sagen, dass Jan Böhmermann das Ganze auf seine eigene Art und Weise ankündigt, was er macht. Gucken Sie da doch mal mit mir rein. Also Herr Singhal, ist es Schmähkritik oder wollte er zeigen, wie Schmähkritik ginge? Nein, er wollte einfach Schmähkritik betreiben. Und er wollte einfach mal richtig beleidigende Worte hintereinander rein. Mich wundert es, dass Sie nicht das Gedicht jetzt weiter vorführen. Warum wohl? Warum wohl, ganz genau. Ja, weil es wirklich unter die Gürteldinie geht und nichts anderes ist. Es gibt da überhaupt keine Auseinandersetzung in der Sache. Da soll einfach nur eine Person diffamiert werden. Und deswegen ist es keine Schmähkritik. Ich möchte noch mal auf mein Beispiel von vorhin zurückkommen. Es kann doch nicht sein, nur wenn ich einen Haftungsausschuss, einen Disclaimer voranstelle und dann die eigentlich illegale Handlung dann vollziehe, dass die dann nachträglich legal wird. Das kann nicht sein. Herr Pörksen, ist es Schmähkritik oder wollte er nur zeigen, was Schmähkritik wäre? Ich würde sagen, er schillert hier. Es ist ein Zwitter. Er hat einen Zwitter produziert. Und darin besteht ein Stück satirischer Genialität. Es ist ein Zwitter zwischen Schmähkritik... Aber Sie finden das Gedicht doch gar nicht gut. Nein, ich finde das Gedicht überhaupt nicht gut. Ich finde das nicht witzig. Es ist wirklich, aus meiner Sicht kann ich es in Geschmacksdingen in keiner Weise verteidigen. Aber worauf es mir ankommt, Ömermann hat hier so ein Hybrid kreiert, einen Zwitter. Man könnte vielleicht von Schmäh-Satire sprechen. Das ist eigentlich das, worum es geht. Und er hat jetzt durch den Kontext und durch die entstehende Debatte, auch wenn es Ihnen vielleicht schwerfällt, bekommt er gleichsam nachträglich recht. Er hat eine Botschaft gehabt. Denn wir diskutieren im Moment diese Botschaft. Wir lesen diese Botschaft. Wir haben ihn, die wir ihn vielleicht für unerträglich halten oder für dick unter Hand, wir haben ihn verstanden, wir haben ihn dechiffriert. Wir reden nämlich im Moment über die Grenzen der Satire. Und diese Frage, diese Kernbotschaft, ist in der Herangehensweise, die er geliefert hat, bei allem Abstoßenden angelegt. Noch vielleicht ein weiterer Punkt. Ich glaube, wir müssen auch uns irgendwann wieder von der Aufregung dieser Aktualität lösen und diesen Fall als ein Lehrbeispiel für neue Erregungsepidemien verstehen. Denn es ist gewissermaßen ein riesenhafter, ein globaler, ein weltweiter Resonanzboden entstanden für Beleidigungen, für gute Witze, für schlechte Witze, für Schmähkritik, für Satire, die diffundiert durch einen globalen Raum. Und ich glaube, wir sind, und das meine ich ganz ernst, politisch, satirisch, aber auch gesellschaftlich noch nicht vorbereitet auf den globalen Resonanzraum, den diese blitzschnell im digitalen Zeitakt herumdiffundierenden Beleidigungen, Schmähungen oder guten oder schlechten Witze haben. Wir haben noch keine Mechanismen. Also ich bin jetzt irgendwann mal dran. Herr Bruck wollte sich einmischen. An Sie die Frage, Herr Bruck, ist es Schmähkritik oder tut er nur so, als würde er Schmähkritik? Ich glaube, dass er juristisch nicht zu fassen ist. Sei es, dass er das als genialen Gebäude drumherum gemacht hat oder als Schutzbehauptung benutzt hat, um nicht angreifbar zu sein. Vielleicht war es auch nur die Schutzvorsprache, der dann die Strafwürdigkeit nicht machen wird. Und deswegen wird es auch strafrechtlich nicht verfolgt werden können. Also der Trick ist vielleicht nicht, strafrechtlich belangt zu werden. Nicht in der Generalität der Satire. Aber das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgegangen ist. Aber ich glaube, wir müssen auch hier deutlich sehen, und wenn Sie zu Recht sagen, wir müssen mal weggehen jetzt von diesem konkreten Fall, was in Zukunft da ist. Nee, will ich noch gar nicht. Aber ich kann das auf ihn einzugehen. Ja, dann komme ich gleich wieder darauf hin. Das ist richtig. Aber ich sage bewusst diesen Satz dazwischen. Irgendwo ist auch bei Schmähkritik, wie das Grundgesetz sagt, die Ehre der Person da. Wenn jemand nur der Sodomie und ähnlichen anderen Dingen unterstellt wird, ist das ein Problem. Ich sagte vorher, strafrechtlich ist dieses in diesem Fall wohl nicht verfolgbar, aus den Gründen, die ich genannt habe. Aber dieses ist, glaube ich, ein Problem, das wir sehen müssen. Auch ein Politiker hat Recht auf seine Würde. Und es gibt Grenzen der Angreifbarkeit. Ich habe das wohl ausdrücklich gesagt, losgelöst von diesem Fall gesagt. Und im Übrigen möchte ich einen Satz zuvor noch sagen. Es gibt keine Partei und keine Bundesregierung, die in dieser Weise in den letzten zehn Jahren die Türkei attackiert hat, wegen Mangel an Pressefreiheit, an Meinungsfreiheit, an Religionsfreiheit. Es ist diese Bundesregierung, die gesagt hat, dass aus diesen Gründen die Türkei nicht Mitglied der Europäischen Union werden kann. Und deswegen dieser Bundesregierung, dieser Bundeskanzlerin zu unterstellen, dass sie das jetzt verheimlichen möchte, aus Rücksichtnahme auf die Türkei, ist, glaube ich, in keiner Weise belegbar. Nein, im Gegenteil ist es richtig. Ihre Partei war für die Mitgliedschaft stets, unsere war nicht dafür. Und zwar wegen der Verletzung der Meinungsfreiheit, der Pressefreiheit und der Religionsfreiheit. Und ich sollte mal in diesen Tagen auch deutlich zu sagen. Gerade das ist der Grund, dass es genau das ist. Ich bringe Sie als Frau Derbe hin rein in die Diskussion, weil sie direkt angesprochen wird. Also ich bin schon ziemlich überrascht. Ich weiß zwar, dass Sie in Brüssel und Straßburg sind und nicht in Berlin. Aber das, was ich in Berlin im Bundestag mitbekomme, seit 2005 bin ich Mitglied des Deutschen Bundestages. Seitdem ist die Bundeskanzlerin, heißt Angela Merkel, sehe ich eigentlich was anderes. Ich sehe nicht, also ich sehe eigentlich, je repressiver und je schlimmer die Bedingungen in der Türkei sind, die Verhältnisse sind für die Pressefreiheit, für die Kunstfreiheit, für die Wissenschaftsfreiheit. Und ich kenne viele Menschen, die in der türkischen Zivilgesellschaft sind. Das ist jetzt auch eine Satire, was Sie vortragen. Je schlimmer es ist, Herr Brug, umso mehr kommen Sie der türkischen Regierung entgegen. Ihre Regierung und Ihre Partei ist es, die jetzt sagt, ja zum EU-Türkei-Deal, zum beschleunigten EU-Beitrittsprozess. Das ist doch nicht wahr. Und zwar die Artikel 23, 24, die sich mit Pressefreiheit befassen. Lassen Sie mich auch aussprechen, Herr Brug. Also ich sage Ihnen mal was, 2013 gab es Millionen von Menschen in der Türkei, die auf die Straßen gegangen sind für eine Demokratisierung des Landes. Die Gezi-Park-Bewegung, die wurde blutig niedergeschlagen. Diese Regierung war es unter Bundeskanzlerin Angela Merkel, die gesagt hat, wir intensivieren die Beitrittsverhandlungen und öffnen neue Beitrittskapitel. Wir als Linke, wenn ich das sagen darf, wir als Linke haben gesagt, wir als Linke haben damals gesagt, wenn Sie das machen, wird Erdogan das als eine Kursbestätigung nehmen und noch schlimmer gegen die Opposition im Land vorgibt. Es ist eine pure Lüge, die Sie vortragen. Es sind meine Freunde, die in Haft sind, weil sie Journalisten sind und kritisch sind, in der Türkei. Es sind meine Freunde, die Akademiker sind, einen Lehrstuhl haben oder hatten, sagen wir es mal so, die einen Friedensappell unterzeichnet haben und deshalb strafverfolgt werden. Und Sie machen einen EU-Deal mit der Türkei und sagen, wir öffnen neue Beitrittskapiteln. Das ist doch genau das Gegenteil von dem, was Sie jetzt behauptet haben. Also erst Herr, dann... Wenn es falsch ist, was Sie sagen. Sie möchten den EU-Beitritt, dieser Türkei. Ich gebe Ihnen sogar recht, Herr Brok, ich gebe Ihnen recht. Bisher war die Kanzlerin die, die gesagt hat, die Türkei kommt nicht in die EU. Und auch die CDU, ihre Partei, war vehement gegen den Beitritt der Türkei. Was wir heute besprechen, ist die Frage, ist die Kanzlerin erpressbar geworden, weil sie die Türkei plötzlich braucht. Und das ist das, was mich interessiert. Warum hat sie ihre Meinung plötzlich verändert? Sie hat ihre Meinung verändert, ganz drastisch. Und sie ändert sie auch in den letzten Monaten immer wieder mal. Es hieß noch vor acht Monaten, wir schaffen das. Jetzt reden wir über Verschärfung von Asylgesetzen. Die Kanzlerin ist im Moment in einer schwierigen Situation. Sie merkt, dass sie über den Zenit ihrer Amtszeit hinweg ist und sie verliert in der Bevölkerung Zuspruch. Und sie arbeitet denen zu, die auf die Straße gehen und wir sind das Volk rufen, was sie auch nicht gut tun kann. In diesem Fall ist sie genauso wechselhaft. Ich komme noch mal ganz kurz auf Ihr Argument von eben zurück. Das wollte ich immer noch sagen. Das ist doch total interessant. Mal einfach weiterzufragen, hat sich da gerade was verändert, Herr Brok, und kuscht die Bundesregierung unter Angela Merkel jetzt, weil sie das Abkommen mit der Türkei nicht gefährden will, vor dieser Türkei? Nein. Sie kuscht nicht. Das ist Satire. Das ist Satire. Sie kuscht nicht, weil dieser Deal sehr viel umfassbar ist. Wenn die Menschen nicht auf die Boote gehen sollen und nicht den Schmugglern heimfallen sollen, muss man das an der türkischen Grenze machen, nicht erst, wenn die Menschen auf dem Meer sind. Wenn wir den Krieg in Syrien und den Irak beenden wollen, brauchen wir die Türkei dafür. Wir müssen sehen, dass die Türkei 2,5 bis 3 Millionen Flüchtlinge aus Syrien seit 3, 4 Jahren aufgenommen hat. Und wir haben dabei nicht geholfen. Bei uns platzt ja die Volksmeinung schon, wenn es eine Million kommen. Und deswegen gibt es dort Geld hinein, dass dort Schulen gerichtet werden, medizinische Betreuung gemacht werden kann, für die Lager dort entsprechend, um die Menschen in Syrien zu besorgen. Und dieses sind die Bestandteile eines Deals, um Frieden zu schaffen und den Menschen, den Flüchtlingen dort zu helfen. Wir haben türkische Städte, wo inzwischen 30, 40 Prozent der Bewohner Flüchtlinge aus Syrien sind. Ist das Hilfe, die Menschen der Willkür Erdogans zu überlassen? Nein, sie sind dort besser aufgehoben als im Krieg in Aleppo. Was macht Erdogan? Hält er sich an das Abkommen? Ja, bis jetzt hält er sich daran so weit. Wir uns daran halten und die sind in der Umsetzung drin und es beginnt zu funktionieren. Also Sie sagen uns jetzt, Herr Gruck... Wir machen seit 3, 4 Jahren, kümmert sich die Türkei um diese Flüchtlinge. Sie sagen uns jetzt, die Bundesregierung kuscht nicht vor der türkischen Regierung, aber sie kann sich den Partner nicht aussuchen und Sie mögen den Partner nicht richtig. Habe ich das richtig verstanden? Wir werden mit vielen Ländern im Mittelmeerraum, auch jetzt mit Libyen, Gespräche führen müssen, um die Flüchtlingsfrage zu klären. Und keines dieser Länder dort, vielleicht mit Ausnahme Israels, dass davon aber nicht betroffen ist, eine Demokratie und ein Rechtsstaat. Und im Verhältnis zu manchen dieser anderen Staaten ist es ein relativer Rechtsstaat noch in der Türkei. Da finden noch Wahlen statt. Und ich glaube, das muss man da auch mal unterscheidend sehen. Wir haben hier eine geografische Situation. Wir können dort kein anderes Land hinstellen. Da ist die Türkei. Und wenn wir den Krieg beenden wollen, 12 Millionen Flüchtlinge sind da. 12 Millionen Flüchtlinge in und um Syrien und Irak. Dann müssen wir halt auch mit Türkei zusammen. Das müssen wir zusammen machen mit Iran. Länder, die Massenexekutionen durchführen, Todesurteile vollstrecken. Aber dennoch muss man, um den Krieg zu beenden. Warum ist die Türkei dann nicht gut und demokratisch genug für die EU? Weil sie die Rechtsstaatlichkeit nicht hat, weil sie die Demokratie nicht hat. Aber die Flüchtlinge dürfen da hin. Da ist keine Rechtsstaatlichkeit. Die Flüchtlinge sind dorthin geflogen. Die Flüchtlinge sind auch in anderen Ländern in der Lüge. Wenn Sie der Auffassung sind, dass alle Flüchtlinge nach Deutschland sollen, dann muss ich sagen, dass ich Ihnen nicht recht geben kann. Sondern es muss die Möglichkeit sagen, die Menschen, die seit drei, vier Jahren dort sind, dass sie eine anständige Betreuung haben, dass sie eine anständige medizinische Betreuung haben, dass sie Schulunterricht bekommen können. Und nur dafür gibt es Geld, um dieses in den Flüchtlingslagern und in den Städten zu unterstützen. Und ich halte das für eine sinnvolle, vernünftige Frage. Anstatt dass die Menschen aufs Meer gehen, mit der Gefahr, dass sie dort ertrinken und die Schmuggler ihr Geschäft machen. Ich will noch einmal zurück zu dem Gedicht, das Jan Böhmermann unter den Titel Schmähkritik gesetzt hat, ein letztes Mal. In dem Gedicht, wir haben es ganz bewusst nicht noch mal gezeigt, rührt er ja alle Beleidigungen zusammen, die einem so einfallen, wenn man türkische Männer beleidigen will. Er kratzt eigentlich an allen Tabus, die man finden könnte. Mancher einer geht so weit und sagt, er spielt da mit rassistischen Ressentiments. Ansonsten wären Sie immer ganz vorne weg, um zu sagen, so darf das eigentlich nicht sein. Hier sagen Sie dann einfach, die Bundesregierung kuscht. Aber hat sie in Wahrheit nicht alles versucht, um den noch irgendwie zu schützen? Nein, das glaube ich nicht. Weil das eine Vorverurteilung war, ersten Grades, dass man beim türkischen Ministerpräsidenten schon mal sagt, das ist bewusst verletzend. Aber nicht sagt, dass der Schutz der Meinungsfreiheit, der Pressefreiheit und auch der Kunstfreiheit hier gilt. Und sie kuscht, weil sie sich erpressbar gemacht hat. Dieser EU-Türkei-Deal... Und woran machen Sie es fest, dass sie kuscht? Beispielsweise der deutsche Innenminister. Also die Zeitungsredaktionen von anderen islamistischen, konservativen, islamisch-konservativen Zeitungen, die lange Zeit der strategische Partner auch des Muslimbruders, Präsident Erdogans waren, also die Gülen-Bewegung, die werden einfach gestürmt von Sicherheitskräften, wird zwangsverwaltet. Und der deutsche Innenminister, Herr de Maizière, also der deutsche, nicht der türkische, der deutsche Innenminister stellt sich hin vor die deutsche Presse und sagt, wir dürfen uns nicht zum Schiedsrichter in Sachen Menschenrechte machen. Ich meine, was, wenn nicht Unterwerfung ist das eigentlich? Ich sage nicht, man soll keinen Dialog mit der Türkei führen. Aber die Bundeskanzlerin und die Bundesregierung, die verwechseln den Dialog mit einer absoluten Unterwerfungshaltung. Und das ist was anderes als eben Dialog und Partnerschaft. Wissen Sie, mein Freund Can Dündar, der Journalist, der vor Gericht steht, weil er Waffenlieferungen an islamistische Mörderbanden des türkischen Geheimdienstes veröffentlicht hat und jetzt für ihn lebenslang gefordert wird. Er steht vor Gericht und sagte mir am Telefon wegen dieser Sendung heute und der Jan-Böhmermann-Geschichte Folgendes. Er sagte, wir dachten, dass wir in der Türkei uns anpassen werden an die Standards, an die Verhältnisse in der Europäischen Union in Sachen Demokratie und Menschenrechten. Aber im Moment passiert genau das Gegenteil. Die EU ist dabei und die Bundesrepublik Deutschland, sich an die schlimmen Verhältnisse in der Türkei anzupassen. Das ist doch, was hier im Moment passiert. Wir diskutieren hier etwas doch nicht in einem luftleeren Raum. Wenn wir vor zwei Jahren diese Geschichte gehabt hätten, glaube ich, dass die Bundesregierung anders reagiert hätte. Sie hätte sich vor den Künstler gestellt. Sie hätte sich vor extra drei Satire gestellt. Das hat sie dieses Jahr nicht gemacht, weil sie denkt, sie brauchen den türkischen Staatspräsidenten, um den Türsteher Europas gegen die Flüchtlinge zu spielen. Aber ich sage Ihnen eins voraus, auch das wird scheitern. Dieser Deal ist nämlich rechtswidrig gegen europäisches Recht, gegen unser Grundrecht auf Asyl, gegen die Genfer Flüchtlingskonvention, gegen all das Verstößtes und ist deshalb beschämend. Aber es wird auch scheitern, weil Erdogan selbst eine Fluchtursache darstellt, sowohl für die Menschen in der Türkei, weil er gegen die Kurden dort einen Krieg hat, als auch für die Menschen in Syrien. Herr Bro, kann das sein, dass Deutschland sich jetzt auf die türkischen Standards in Sachen Presse und Meinungsfreiheit herablässt, um keinen Ärger zu bekommen? Wenn so etwas verkündet wird und ein Gesprächspartner in der Türkei verkündet, wie Sie das gerade gemacht haben, könnte der falsche Eindruck entstehen. Habe ich nicht verstanden. Das heißt, dies ist, was sie gerade erzählt hat, gibt den falschen Eindruck auch in die Türkei weiter. Aber sie hat wiedergegeben ein Telefonat mit Can Dünner. Ja, aber sie reagieren doch auf die Informationen, die die bekommen. Und das ist doch die Antwort darauf. Das kann er ja lesen aus der Presse. Und das ist doch die Antwort darauf. Und zum Weiten muss man sagen, die Europäische Union wird die Türkei nicht aufnehmen und wir werden das deutlich zum Ausdruck bringen. Wir werden das in der kommenden Woche noch im Europäischen Parlament und in der Türkei-Entschließung zum Ausdruck bringen, die vor wenigen Tagen unter meinem Vorsitz beschlossen worden ist, dass so lange Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und ähnliche Dinge nicht gewährleistet ist, läuft da nichts. Und deswegen wollen wir im Bereich der Parteitagsverhandlung jetzt auch die Artikel 23, 24 eröffnen, wo es genau um diese Dinge geht. Die Kapitel, meinen Sie? Die Kapitel genau um diese Dinge geht, nämlich deutlich zu machen, dass die Türkei hier zu schfolgt. Dann nehmen Sie doch diesen Schwall und nehmen ihn als Lackungstext und dann sehen wir, ob das hat oder nichts. Das ist wirklich kein Verhandlungstext. Und daran können Sie hier ablesen, ob die Türkei-Pressefreiheit... Darf ich bitte ausreden? Sie haben ganz viel schon gesprochen, ich will auch was sagen. Daran können Sie hier ablesen. Nur noch mal eine andere Sache. Also ich darf den Satz zu Ende bringen. Sie haben den... Bitte. Nee, ich darf den Satz zu Ende bringen. Bitte, bitte. Wir müssen, glaube ich, zum einen zum Ausdruck bringen, wir reden hier über die Pressefreiheit hier in Böhmermann-Fall. Und diese Pressefreiheit wird verteidigt und deswegen wird es eine Freiheit geben, die nicht antastbar ist. Und diese andere Frage in der Türkei greifen wir an, weil es dort eben wie dargestellt die Angriffe auf Redaktionen gibt. Dass wir dort keine Theologenausbildung im Rahmen der Religionsfreiheit haben dürfen. Und all diese Fragen, die dort angesprochen sind. Und dieses habe ich persönlich, des Öfteren, öffentlich und persönlich, Herrn Erdogan, noch im letzten Jahr auch zum Ausdruck gebracht. Ist der Satz jetzt zu Ende? Und dieses sollten wir, glaube ich, zur Kenntnis nehmen und nicht hier an der Karikatur machen, dass wir dieses anzweifeln, dass wir die Meinungsfreiheit hier verteidigen und dass wir die Türkei attackieren. Machen Sie keine Karikatur darauf. Es wird dadurch nicht richtiger, dass Sie den Satz noch länger sprechen. Nur eine Sache. Erdogan ist ein Wiederholungstäter. Was sagen Sie dazu, dass er Twitter einfach abstalten lässt? Was sagen Sie dazu, dass, wenn es ihm nicht passt, irgendwelche sozialen Kanäle einfach verschwinden? Ich bin kein Freund davon, schwarz-weiß zu denken. Ich bin keiner dieser kemalistischen Betonköpfe, die Erdogan verteufeln. Er ist Fluch und Segen für die Türkei zugleich. Darüber können wir ausführlich diskutieren. Aber Erdogan ist bekannt dafür, dass er autoritär ist, dass er ein Autokrat ist. Und nur ein Beispiel für die Maßstäbe in der Türkei. Und diese Maßstäbe gelten hier nicht, nochmal. Wenn Sie sich als türkischer Ministerpräsident auf ein Gesetz berufen, das Sie selbst gar nicht zu verantworten haben, hier gilt deutsches Grundgesetz, nicht türkisches Grundgesetz, dann müssen Sie damit rechnen, dass die deutsche Bundesregierung sagt, kümmere dich um deine Angelegenheiten. Eine Sache. Was ist die Frage jetzt nochmal? Die Frage ist, es gibt eine Sache, nur um den Maßstab mal aufzuzeigen. Wir beide übrigens waren mal zusammen in der Türkei. Da hat uns eine Journalistin etwas erzählt über die Standards der Türkei. Bei Beers, das ist der türkische Thomas Gottschalk, den kennen Sie vielleicht. Die meisten kennen ihn nicht. Beers ist der türkische Thomas Gottschalk. Er hatte eine Live-Sendung. Und in dieser Live-Sendung gibt es eine Telefonschaltung, wo Leute anrufen können. Und das war vor wenigen Monaten. Da hat eine Frau angerufen, die offensichtlich eine Kurdin war. Das merkte man im ersten Moment nicht. Und hat ein flammendes Statement gehalten für die Kurden. Und danach gefragt, ob es denn angebracht wäre, sich zu amüsieren, während im Osten der Türkei Menschen sterben. Daraufhin hat Beers gesagt, einen Applaus für diesen Anruf. Und dafür hat er riesen Ärger bekommen. Er musste dann öffentlich Stellung dazu nehmen und Abbitte leisten. Und ganz ehrlich, ich lebe lieber in einem Land, in dem sowas nicht gang und gäbe ist. Ich bin froh, dass wir in Deutschland Schutzmechanismen vor solch einem Zugriff der Politik auf die Kunst haben. Herr Singler, wenn Sie vergleichen, Sie sind in Solingen geboren, Sie sind in Deutschland aufgewachsen, Sie haben hier Jura studiert, Sie sind Rechtsanwalt, Sie haben eine entsprechende Zulassung und verstehen was davon. Das haben wir ja eben schon gehört. Wenn Sie vergleichen zwischen Deutschland und der Türkei, wo haben Sie mehr Rechtssicherheit? Ich habe in beiden Ländern Rechtssicherheit. Aber ich möchte jetzt ein... Wenn ich in der Türkei irgendein Rechtsgeschäft eingehen möchte, dann habe ich dort auch Rechtssicherheit und kann mich auf die Justiz und auf die Rechtsstaatlichkeit dort verlassen. Und es wurde hier eben gesagt... Und kann sich ein Journalist darauf auch verlassen? Selbstverständlich. Dass er in der Türkei Rechtssicherheit hat. Selbstverständlich. Selbstverständlich kann sich auch ein Journalist darauf verlassen. Wie lässig Ihnen dieses selbstverständlich über die Lippen geht? Wenn Sie mir die Chance geben, dann möchte ich das gerne erläutern. Und ich möchte auch versuchen, eine andere Perspektive reinzubringen. Es wurde gerade eben gesagt, dass es in der Türkei keine demokratischen Verhältnisse gibt. In den letzten Wahlen, die sind noch gar nicht so lange her, Anfang November gab es Wahlen, da war die Wahlbeteiligung 85 Prozent. Und 97,5 Prozent sind im Parlament vertreten. Und der regierende Ministerpräsident Daudol hat eine Zustimmung von 50 Prozent bekommen. Ich finde, das sind durchaus gute demokratische Verhältnisse, wenn es eine Wahlbeteiligung von 85 Prozent gibt. Das stimmt leider nicht, was Sie sagen. Die Türkei hat eines der undemokratischsten Wahlrechte der ganzen Welt. Warum? 1987, nach dem letzten Militärputsch, wurde das Grundgesetz geändert. Es gibt eine 10-Prozent-Hürde. Und alle Parteien, die unter die 10 Prozent fallen, geben ihre Stimmen proportional an die Mehrheit ab. Das heißt, de facto hat Erdogan noch nicht mal 35 Prozent der Stimmen. Er geht aber, natürlich, Sie sind Rechtsanwalt, wissen Sie das nicht? Die HDP ist gewählt worden. Die HDP ist gewählt worden. Die HDP ist aber der Waage gewesen, dass Gott sei Dank gewählt worden. Das ist ein Fakt. Ich habe noch eine Zahl, Herr Singal, die ich auch interessant fand. In der Türkei sind im Moment zurzeit 1800 Menschen wegen Beleidigung des türkischen Präsidenten angeklagt. Frage ich Sie, welche Form von Kritik, auch an seinem Umgang mit Presse- und Meinungsfreiheit, fände Herr Erdogan eigentlich witzig? Das kann ich Ihnen nicht. Da geht gleich das Licht aus. Das sind auch schon türkische Mächte, die hier herrschen. Also in der Türkei gibt es genauso wie auch in Deutschland eine Norm, die vor Diffamierung und Beleidigung des Staatspräsidenten schützt. Entschuldigung, jetzt kommt ein Angriff von oben. Jetzt kommt noch der Kamera. Aber wenn ich Sie da unterbrechen darf, also wenn Sie die Berichte lesen, die Berichte zum Beispiel jetzt 2016 von Amnesty International, nachschauen, was da als Beleidigungstatbestand gilt, dass ein 13-Jähriger vorgeladen wird, dass ein 17-Jähriger Student verurteilt wird, weil er irgendeinen blödsinnigen Satz gesagt hat, der ihm nun eine solche Anklage eingetragen hat, dass Journalisten aus dem Ausland keine Akkreditierung bekommen, dass Journalisten, die für den Spiegel etwa arbeiten, nun gewissermaßen aus dem Land fliehen, weil sie Angst haben müssen, wegen einer Beleidigungsklage festgesetzt zu werden. Also all das sind natürlich Zeichen einer sozusagen fast persönlichen Sensibilität. Ich hoffe, die Lampen, Frau Will, die haben Sie hier oben im Griff. Das sind natürlich Zeichen einer persönlichen Sensibilität, die zeigen, dass hier jemand nicht wirklich demokratisch ist. Ja gut, aber da müssen wir vorsichtig sein. Entschuldigen Sie, wenn wir von der Türkei als undemokratisches Land sprechen, dann dürfen wir auch keine Geschäfte mit China machen und Waffen an Saudi-Arabien verkaufen. Das ist ein 3-Jähriger-Schwert. Amnesty International beschreibt auch Straftaten in Deutschland, Übergriffe auf Flüchtlinge, zahlreiche. Also das ist nicht der Maßstab, nach dem wir urteilen dürfen. Nein, nein, das ist nicht der Punkt, sondern es geht um die Frage, inwieweit ist Pressefreiheit in der Türkei realisiert. Und da gibt es ganz klare Belege, dass es der Pressefreiheit in der Türkei nicht sehr weit ist. Dass Zeitungen unter Zwangskontrolle geschlechtert werden, dass investigative Recherchen gestoppt werden, dass viele Journalisten, die einfach nur ihre Arbeit machen, im Gefängnis sitzen. Ganz genau. Wollte ich Ihnen zeigen, flüchte ich mich kurz in den Beitrag, weil wir das Problem mit den Lampen haben. Wir haben offensichtlich einen Stromausfall. Ich hoffe, Sie sehen uns überhaupt noch. Ein bisschen Strom scheint ja da zu sein, sonst ging es gar nicht weiter. Man könnte auch die Matz nicht sehen, um Ihnen nochmal zu zeigen, wer Herrn Erdogan kritisiert in der Türkei, der landet dafür gerne mal im Gefängnis und wird dann eben auch, wie Bernhard Pörksen gesagt hat, mit lebenslanger Haft bedroht. Herr Singhal, nochmal nachgefragt. Der deutsche Botschafter nimmt sich das Recht heraus, einfach bei einer Prozesseröffnung dabei zu sein, was ich als unproblematisch empfinden würde. Sie auch? Ich würde das auch als unproblematisch empfinden. Warum muss er sich dann sagen lassen und von dem türkischen Präsidenten fast beschimpfen lassen, dass er sich in innertürkische Angelegenheiten einmischt und wird dann eben auch einbestellt, was ja eine mächtige Waffe ist? In der Tat ist das eine mächtige Waffe, die da gezogen worden ist. Allerdings, ich möchte auf einen Aspekt zu sprechen kommen. In der Türkei sind in den letzten 10, 12 Jahren viele Reformen in Gang gesetzt worden. Und das sind mit Sicherheit nicht diejenigen Standards, die wir hierzulande kennen. Und diejenigen Standards sollten dort erreicht werden. Wenn wir über die Türkei sprechen und die Türkei kritisieren, und Kritik ist richtig und muss auch erlaubt sein unter Partnern, aber da sollten wir auch gelegentlich mal auf das halbvolle Glas schauen. Und wir sollten diejenigen Reformkräfte versuchen zu unterstützen, die die Türkei demokratisiert haben, weg von einer de facto Militärdiktatur, ein total verarmtes Land und sollten diese Kräfte fördern. Und wir werden das nicht tun, wenn wir immer nur das Haar in der Suppe suchen und immer nur das halbvolle Glas zeigen. Und ist die AKP eine Reformkraft in Ihren Augen? Definitiv. Die AKP ist eine Reformkraft in der Türkei. Die AKP hat seit ihrem ersten Wahlsieg 2002, 2003, hat sie immer mehr an Stimmen gewonnen. Das heißt, es gab einen Stimmenzuwachs. Und diesen Stimmenzuwachs würde es nicht geben, den würde es nicht geben, wenn nicht der Wohlstand sozusagen abgebildet worden wäre. Kann man das stehen lassen? Nein, das kann man nicht stehen lassen. Auf der gleichen Seite unterwandert die AKP die Grundfesten der säkularen Türkei. Und ob das modern ist, das sei mal dahingestellt. Ich finde, die Grabenkämpfe, die Erdogan führt, auch gegen den verfilzten Kemalismus, die Infragestellung der Strukturen der Türkei bis zu seiner Machtübernahme, ist berechtigt. Denn es kann nicht angehen, dass ein Land an der Schwelle zu Europa alle 20 Jahre in eine Militärdiktatur zurückfällt, weil das Militär sich dazu berufen fühlt, eingreifen zu müssen. Was aber Erdogan auf der anderen Seite macht, und das ist das Gefährliche, ist, dass er, wie ich eben gesagt habe, die Grundfesten der säkularen Türkei aufweicht. Dass er die Türkei weiter gen Osten schiebt und nicht gen Westen und dadurch fatalerweise immer mehr zu einem Verhandlungspartner, zu einem veritablen Verhandlungspartner mit Europa wird, auf Augenhöhe. Aber das nicht nutzt, um vernünftige Forderungen durchzusetzen, sondern für Albernheiten. Ich meine, wir reden hier über eine Albernheit. Hat Angela Merkel nichts Besseres zu tun, als sich das Neo-Magazin Royale anzugucken und eine Botschaft in die Türkei zu senden? Guckt Erdogan deutsches Fernsehen und regt sich über jeden dämlichen Witz auf? Das Thema, über das wir sprechen müssen, ist nicht die Türkei und nicht Demokratie in der Türkei, sondern ist Deutschland erpressbar geworden, weil es einen anderen Zweck mit dieser Partnerschaft verbindet, als es vorher noch der Fall war. Und Ihre Widersprüchlichkeit, die zeigt es am besten auch, worüber wir sprechen. Reden Sie noch ein bisschen weiter. Sie reden nicht über Pressefreiheit, Sie sind gegen diesen Deal. Sie sind gegen diesen Deal und nutzen diese Situation der Pressefreiheit aus, um den Deal madig zu machen. Da steht ein ganz anderes Ziel dahinter. Das stimmt, ich bin gegen den Deal. Ihnen geht es nicht um die Pressefreiheit dieser Frage. Das wird mir jetzt ganz offenkundig. Und deswegen müssen wir sehen, wir wollen den Krieg dort beenden. Wir wollen den Krieg dort beenden. Und das geht nicht ohne Türkei. Dennoch, die Frage, die ist eine gute Frage, ist Deutschland erpressbar geworden, weil Deutschland in dem Deal, den man, glaube ich, lieber, so will es die Bundesregierung, ein Abkommen nennen soll, weil es sonst so anrüchig klingt, ist sie in diesem Abkommen erpressbar geworden? Also erstens ist das eine Abkommen der Europäischen Union. Das sollte man jetzt erstmalig mal erwähnen. Und das ist nicht Frau Merkel, sondern das sind 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die sie vereinbaren. Und deswegen entsteht daraus keine Erpressbarkeit, sondern Herr Erdogan hat auch weitgehende Ziele. Er möchte wieder ins Gespräch kommen. Er sieht, dass seine Außenpolitik, der Kalif, der Sultan der Region zu werden, gescheitert ist, komplett gescheitert ist. Er sieht größere ökonomische Probleme. Und sieht, dass zwei Drittel der Direktinvestitionen aus Europa kommen. Er muss mit Europa wieder besser ins Gespräch kommen. Und aus diesem Grunde hat er auch eigenes Interesse an diesem Deal und diesem Abkommen. Und auf diese Weise ist es nicht nur unser Interesse, dieses Ziel zu erreichen. Aber lässt er uns im Moment... Und deswegen ist es keine Erpressbarkeit. Und lässt er die deutsche Bundesregierung im Moment seine Macht spüren? Nein. Dann nehmen Sie doch die Beispiele, die wir hier haben. Zum Beispiel, dass der deutsche Botschafter Erdmann eingestellt worden ist, weil er sich das Recht herausnahm, bei einer Prozesseröffnung dabei zu sein. Dazu habe ich keinen öffentlichen Protest der Bundesregierung gehört. Doch Herr Erdmann hat mitgeteilt, dass es ein Recht ist, im Namen der Bundesregierung. Und dies ist ein Recht, das wird weiter wahrgenommen. Und die Türkei ist unterzeichneter Karte der Menschenrechte des Europarates. Und daraus ergibt sich auch das juristische Recht, dieses zu überprüfen, in welcher Weise die Türkei den Menschenrechten entspricht, der Pressefreiheit entspricht. Da haben wir mich voll im Stich gelassen. Und diese Grundlage ist deutlich. Und dies ist unsere tägliche Praxis. Aber es kann gut sein, dass ich es überlesen habe, Herr Bruch. Seit Jahren unsere tägliche Praxis der deutschen und europäischen Politik zu tun. Aber ich habe nicht gelesen, dass Herr Steinmeier sich beschwert hätte. Dieses hat Herr Erdmann dort in den Gesprächen deutlich zum Ausdruck gemacht. Und ja, Herr Erdmann ist der Sprecher Deutschlands. In dem Land hat er es den Behörden dort mitgeteilt und wird an weiteren Prozessen teilnehmen dort. Aber die französische Regierung hat das doch ganz anders gemacht. Und dieses Recht werden wir wahrnehmen. Herr Bruch, ich war ja mit Herrn Erdmann bei diesem Prozess. Wir waren ja zusammen dort. Und viele andere Generalkonsole waren auch dort. Ich finde, die Bundesregierung hat den deutschen Botschafter völlig im Stich gelassen. Es kommt wirklich fast jede Woche, wird der deutsche Botschafter wegen irgendetwas einbestellt. Mal geht es um ein Lehrbuch in Sachsen-Anhalt, mal um die Extra-3-Satire, Mal ging es um die Prozessbeobachtung, an der wir beide zusammen teilgenommen haben, wie viele andere auch, international. Und dann mal wurde er einbestellt wegen Böhmermann und jetzt wird er wegen vielleicht unserer Sendung einbestellt. Das ist absurd. Das ist keine Partnerschaft mehr, verstehen Sie? Jemand, ein Land, was jede Woche den deutschen Botschafter einbestellt, um irgendwie eine Protestnote zu geben wegen banalen Sachen, die Sachen, die normalerweise nach internationalen Rechtsstandards normal wären, gibt es hier immer Protestnoten. Die französische Regierung hat das ganz scharf zurückgewiesen, diesen Angriff von Präsident Erdogan auf die Diplomaten, die an dem Prozess teilgenommen haben. Die Bundesregierung hat sich ausgeschweigt. Und es ist schon ein Unterschied, finde ich, ob Herr Erdmann sich selbst dort im türkischen Außenministerium rechtfertigen muss, alleine, ganz klammheimlich, als wenn die Bundesregierung selber seinen eigenen Diplomaten hier in Berlin in Schutz nimmt und sagt, es passt zum Wiener Übereinkommen, dass der Botschafter an dem Prozess teilnimmt. Und dieses Recht werden wir uns auch in Zukunft nicht nehmen. Das wäre ungefähr die Reaktion, die die französische Regierung gezeigt hat. Aber das wird hier nicht gemacht. Dem wir teilnehmen. Und es wird eben nicht gemacht, weil man sich abhängig gemacht hat von der türkischen Regierung. Und ich sage Ihnen eins, wenn diese Ermächtigung, die in keinster Weise meiner Meinung nach erteilt werden darf, wenn diese Ermächtigung erteilt wird, dann haben Sie die Büchse der Pandora für die türkischen Präsidenten eröffnet, Sie haben Tür und Tor geöffnet, und sein Arm wird dann immer weiter tief rein nach Deutschland. Sie wollen ein Abkommen zum Schutze von Flüchtlingen verhindern. Deutschland hat sich immer und die Europäische Union in der Frage der Freiheit der Medien und in vielen anderen Regen deutlich geäußert, wird es weiter tun und wird weiter dort an den Prozessen teilnehmen, um das zu beobachten, sowohl Brüssel als auch Berlin. Und deswegen sollten Sie nicht Unterstellungen betreiben, nur weil Sie ein Abkommen mit der Türkei zum Schutzen von Flüchtlingen und zur Beschaffung von Frieden verhindern wollen. Wir schauen morgen sehr genau hin, was die Bundesregierung denn dann mit ihrer sorgfältigen Prüfung erreicht und was sie danach macht und daraus vielleicht auch noch mal aus dem ganzen Kladderadatsch rausfindet. Danke für die Diskussion. Die Tagesthemen machen weiter mit Karin Mioska. Karin, was habt ihr vor heute? Ja, kein Tag, Anne, ohne neue Enthüllungen aus den Panama-Papieren. Heute erfahren wir, wie die guten Namen von Hilfsorganisationen wie dem Roten Kreuz missbraucht wurden, um die Warenbesitzer von Briefkastenfirmen zu verschleiern. Diese dreisten Methoden und was der Finanzminister dazu sagt, jetzt bei uns. Das also jetzt in den Tagesthemen. Das war es von uns. Nächsten Sonntag, 21.45 Uhr. Machen wir weiter. Bis dann. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke an Sie. Tschüss und auf Wiedersehen. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.